die welt verändern zu können oder sein hat mich an den epi ich bin im spiel alleine puppt die stubenfliege und damit hallo und herzlich willkommen zurück aber der epi ist noch nicht da den muss ich erstmal einladen ein moment die einladung wurde verschickt mal schauen ob der kerl auch wirklich beitritt ich bin mir nicht sicher er hat wahrscheinlich keinen bock mehr moment da steht irgendwo epi beigetreten der epi hat mich verarscht da ist er wo ich mein so viel wo ist mein guter wieso kann ich hier drücken bei dem weil das dazu immer ich kann nicht streichen ich bleibe jetzt die ganze zeit nur hier stehen und streichel den süß das ganze spiel über das ganze spiel über stehe ich mich immer nur vor dem hin und dann streichen im moment wenn du aber den wo an jetzt kann ich nicht mehr jetzt kann ich dich wieder streichen du hast du hast die schnauze voll gehabt ja gar nicht verstehen muss ich erst mal gucken wir haben jetzt schon wieder eine woche lang nicht mehr gespielt und ich habe keine ahnung wie man überhaupt zielt oder wie man ballert oder sonst irgendetwas ne der hatte nur neun der hatte wahrscheinlich auch nur 50 ok warum bist du hier eigentlich so wolverine mäßig ausgestattet ist das ein upgrade von deinem oder ja ja ein upgrade ach so und ich habe dafür diesen hammer glaube ich für diesen nahkampf ist das wahrscheinlich du hast den hammer moment mit kuh kann ich heilen ok das darf ich nicht vergessen nee warte mal kann ich hier was ist denn das steht hier gar nicht drin ich habe auf zwei habe ich auch so komische aber das war glaube ich was zu essen okay also ihr merkt schon wir haben jetzt eine woche nicht gespielt haben von tuten blasen keine ahnung mehr irgendwie also wir müssen durch den schleier gehen das ist so schön oder auch nicht unterwegs sind eins zwei drei und schütz ich brauch keinen ring ich mach das so nee warte mal jetzt sind wir wieder nee ich dachte wir sind jetzt wieder reingegangen oh Mist sie haben uns gesehen immer draufhalten dann lauf doch nicht vor meine füße wenn ich draufhalten was wäre es unterwegs wo bieger unterwegs startet das grund ist ja was machen hallöchen übrigens war das unsere rettungskapseln die du gerade weggeschossen hast haben wir das letztes mal das auch gemacht nicht dass ich wüsste hat sie mal aufhört darauf zu schießen ich habe gewartet bis der näher kommt oh was kommt jetzt ich weiß nicht mehr scheiße ich weiß nicht mehr wie man ausweicht warte mal so das ist kein gutes zeichen jetzt fliegt wieder weg oder ist das die rettungskapseln von allen die da unten drin waren die haben sie getötet keine ahnung fluffy wo läufst du hin bleib beim mama ok soll er sich in luft auf fluffy ist tot der ep auch gleich was machst du denn warum rennst du ohne mich los ja weil ich dachte ich muss hier weiter gehen ich verstehe gerade so gar nichts warum landen die da immer was machen die da natürlich musst du genau jetzt nachladen es war so klar ich bin gerade irritiert warum kann ich keine dinge benutzen hier die fahrstuhle kann ich nicht einschalten ja aber die kann ich auch nicht benutzen hier jetzt ich habe es kaputt gemacht danke ich habe mein halbes leben weg wie heile ich mich nochmal mach doch mal die fläche ich weiß schon gar nicht mehr wie ich mich eile ach fängt schon wieder gut an hier der ep wollte die ganze zeit nicht mit mir spielen aus guten gründen das sieht man ja jetzt hier ist in den kapseln der 10. ring des nachschubs hast du den aufbekommen hast du den auch bekommen ja aber nur den ring des nachschubs danach ach so ne warte mal z ne aber das zweite habe ich jetzt nicht bekommen kann man den ausrüsten ne aber wir waren doch schon hier unten wir haben doch hier schon alles geholt jetzt verstehe ich oder haben wir ist das durch den reset vielleicht wieder gekommen keine ahnung das ist doch das ist doch bei diesen soul spielen so dämlich gemacht dass dann alles wieder kommt wenn man speichert ob das jetzt aber wir haben doch den ring da müssten wir den ja schon gehabt haben dann könnten wir den noch nicht mehr holen aber hier vorne gehst du rein eigentlich hat man uns ja auf hundi zuletzt geeinigt ne da oben sind ja welche ja irgendwo war doch ne leiter oder irgendwas wodurch wir gekommen sind oder nicht ne hier ist der ausgang was machst du da weiß ich nicht komm mal mit lass uns doch rausgehen ich sag du willst da hinten ist doch noch was nicht ach so könnte man hauen ey ich muss ja echt alles wieder neu lernen das ist ja doof eine woche nicht gespielt du hast keinen plan mehr von gar nichts wo bist du denn ach was machst du denn jetzt da ich denke wir gehen endlich nach oben ja du hast gesagt du willst rausgehen ja ich stehe hier aber hier ist auch noch mal ein Ding hier ja um nach oben zu kommen ja aber müssen wir dann den ring nicht holen den ring haben wir doch gerade bekommen ja das war der Mann nicht hä der ring ist doch in diesem einen Raum wo wir nicht reinkamen letztes Mal da wissen wir doch gar nicht was da drin ist dann lass uns wieder zurück gehen wenn du willst dann ist wieder alles resettet ja natürlich ist das resettet weil wir gespeichert haben ne wenn du jetzt wieder raus gehst oh nie so warte mal karte der dunkle kanal ach so das ist das unten da oben ist was rotes phantom des ödlers ach so das war das mit diesen einem wo wir waren das war das wo wir her kommen dann würde ich sagen dass wir hier mal geradeaus so durch gehen also in die Richtung mal gucken ne aber kamen wir nicht von da ne wir kamen so von grad ne warte hä wie stehe ich denn hier auf der karte er kam eigentlich von da drüben ich dachte der bewahrer ach so ne aber wenn wir hier durch die mitte durch gehen da waren wir normalerweise noch nicht ich hab dir das leben gerettet hinten sind welche ich lass den ep einfach vorlaufen weil der läuft in jede falle rein und dann können wir direkt sehen wo die sind wo läufst du denn jetzt hin da geh ich nicht ich wollte mal gucken was hier oben ist hier ist nix aber von da sind wir gekommen die karte ist irgendwie scheiße links ist das mit dem eigentlich müsste man mal hier in die Richtung gucken hier hinten liegt doch so ne leiche so ein typ den man mit dem man die toll da liegt ne leiche lass uns alle hingehen und auch sterben nein nur ich geh da hin und sterben ach man ey man kommt hier nicht hoch ey okay danke dass du mir so schön hilfst oh suku warum bist du auch da hinten ich bin hier drüben weil du nicht auf mich wartest und die mich alle angerufen haben ich hab dir geholfen ich hab dir den Arsch gerettet gedacht hier hier wo ist das wie jetzt hin was sind das für kleine Viecher Hä? Boah, die machen einen EMP-Impuls. Was ist das? Ja, geil, was geht denn hier los? Oh, schau. Es ist kein Platz mehr. Ich habe keine Munition, es ist Platz mehr. Kein Platz mehr. Oh, komm. Schieß doch einfach mal. Ich habe keinen Platz. Ich kann das nicht aufnehmen. Das passt nicht mehr. Ja, das passt nicht mehr. Du sollst das aufnehmen. Da passt es wieder. Toll, primäre Musik. Also primäre Musik ist doch meine Hauptwaffe. Meine Tasche ist voll. Mein Hund hat irgendwas. Es ist aber auch selten dämlich gemacht, dass das so begrenzt ist. Das ist schon komisch. Das kenne ich halt nicht von Spielen. Ach, die Dinger. Ja, die kannst du nochmal aktivieren. Dann kommen die halt alle nochmal hier hin. Ich habe nur den Alarm gegeben. Ne, ich habe... Hä? Du hast nur den Alarm gegeben, ja? Was sagst du denn? Ach so, der holt die ab. Ach so. Nein, die holen die ab. Ach, das sind die Rettungsdinger hier. Deshalb sind die mehrfach gestartet. Also. Der holt aber die anderen jetzt auch ab, oder wie? Ja, wenn wir die noch aktiv haben, ja. Ich weiß ja nicht, ob die noch aktiv sind. Ja, aber der geht nicht nach oben. Vielleicht holt er die doch nicht ab. Wie viel hatten wir denn davon? So drei Stück oder so? Es waren einige. Wir waren ja komplett hier drüben auf der Map. Doktor, Aufstieg. Keine Ahnung, ich kann es nicht sehen. Ich bin gerade am Einsammeln. Was ist das denn hier? Ist einer? Hä? Ach nee, das bist du. Bist du doof? Ich dachte, jetzt wäre noch einer hier reingekommen. Neues Attribut Rückgrat. Drücke Z, um den Hinweis zu verwerfen. Ja, ich will den aber lesen. Ich will wissen, was das ist. Warte mal, kann mir hier mal kurz stehen bleiben? Ich weiß nicht. Rückgrat? Ist das eine Eigenschaft? Nee. Power Level 2. Notfallbehandlung? Ach so, mit höherer Heilung. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Elfer und Gefährte hat 15% mehr Wiederbelebungsrate. Das ist ja schön. Kann ich aber nicht vergrößern. Ach so, nee, ich habe ja auch null. Ähm, Charakter. Hier sehe ich aber auch nichts mit Rückgrat. Archetyp. Erhöht die Treffherren. Okay, die der Doktor einstecken kann, bevor er graue Gesundheit verliert. Um eins. Ja, toll. Dann kann man mich einmal mehr treffen, oder was? Naja, gut. Wenn das passiv ist, ist es okay. Nein, der EP läuft schon wieder. Keine Ahnung, wo in der Weltgeschichte rum. Ja, ich suche diese anderen Dingstypen, ob sie die abgeholt haben. Aber ich finde hier nichts mehr. Checkpoint ausruhen. Dafür habe ich ein bisschen Altmetall gefunden. Ja, da komme ich jetzt nicht hin, ne? Komm, Hundi. Aber ich finde dich jetzt auch nicht. Äh, ich renne gerade hinter dir her. Du rennst immer weiter weg wieder rum. Wo bist du jetzt? Äh, ich laufe gerade so etwas, was leuchtet. Ja, da waren wir aber schon. Äh, ich kotze gerade. Äh. Hier ist Eisen. Nee, das ist Vergiftung hier irgendwie. Eisen ist Eisen. Warum bin ich jetzt so vergiftet? Ich mein... Oh, jetzt ist hier auch vergiftet, oder was? Willst du mich jetzt? Ja, wo der Nebel ist. Ja, da war aber kein Nebel. Ach, da bist du. Hat doch gar nichts. Aber du musst mal drauf achten. Wenn ich Munition einsammle, bekommst du die dann auch? Weil irgendwie war das doch, dass du die dann auch bekommst, oder nicht? Nö. Also irgendwie weiß ich nicht. Warte mal, von da sind wir rausgekommen. Also anscheinend sind die weg. Die haben wir anscheinend doch abgehoben worden. Ja, anscheinend alle, ne? Also irgendwie sehe ich ja auch nichts mehr. Das Problem ist, ich weiß überhaupt nicht, was wir jetzt machen sollen. Also, keine Ahnung. Gibt's hier irgendwo nen... Ne, hier war der Typ... Achso, dann war das da hinten, glaube ich, für Work gewesen. Genau. Jetzt geht's los. Ja, lad genau jetzt nach. Das kann ich genau jetzt gebrauchen. Was war das? Hier war das. Ja, aber mir kommt das so vor, als wenn die einfach immer nur wiederkommen. Hier liegt auch noch ein... Ja, die sind ja jetzt alle resettet worden. Das ist ja klar. Ne, die sind nicht resettet worden, glaube ich. Na klar. Die ganzen Gegner sind resettet worden. Das ist ja das, was so dämlich gemacht ist bei den Souls-Spielen. Man freut sich ja immer, wenn man alles gekleert hat und dann ist wieder alles da. Er hat altmetall verloren, wieder. Da oben liegt was oben drauf. Warte mal, hier hinten ist was noch. Komm mal mit rüber. Oh, da waren wir auch noch nicht hier, meine ich. Doch, das ist ja hier, wo der Typ war, oder nicht? Hier oben rechts ist auch noch was. Komm hier aber so auch nicht hoch, genau? Oh! Hallo, weich bloß nicht aus? Wo bin ich denn? Zu dumm? Was ist das für sie? Den nerven wir schon mal öfter. Kritischer Fernschatten. Oh, oh. Was bringt dir dieser kritische Fernschatten? Elementarschaden. Was ist das denn? Eigenschaftspunkt. War das nicht schon hier oder von mir? Ich guck mal, ob du den auch hier kriegt hast. Mach mal auf I und geh mal auf deine, auf keinen Charakter. Nee, auf Eigenschaften. Achso, meinst du, die kann ich jetzt direkt machen? Ja, stimmt. Ähm. Sag mal, ich dir direkt da rein. Äh. Wo hast du den jetzt rein gemacht? Ich kann den gar nicht reinmachen. In Leidung, ähm, im Leben. Ja, nur in Witt. Achso, ich könnte nur in Vitalität was reinmachen. Hallo. Hallo, Hundi. Ja. Wenn der alte Sack da hinten beschäftigt ist, muss ich die streicheln, ne? Können wir jetzt mal gucken, ob wir irgendwie da rüberkommen? Ja, ich wollte hier noch was sehen. Hier war noch irgendwas hier oben. Ja, da rechts rüberlaufen. Oh, hab ich mir in der vorne. Der kam da einfach aus. Was hast du da für eine Knarre? Hallo? Das ist meine Standardknarre. Was ist meine Standardwaffe? Was ist meine Standardwaffe? Das ist meine Standardwaffe? Oh, komm, 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 lass, schneller. Wie kann ich die Waffe wechseln? Warum kann ich die Waffe nicht mehr wechseln? Mit dem Rad, mit dem Ausrad. Ich habe keine Munition mehr. Die ganze Munition liegt da oben, auf der anderen Seite. Toll. Dankeschön. Komm ich nicht hin, da drüben. Ja, das ist ja das, was ich gefragt habe, ob wir hier irgendwie hochkommen. Ja, aber wollen wir nicht zu den Leuchten? Weil wir können nur so ein bisschen hochspringen, oder? Ja, da oben ist doch noch was zum Aktivieren, oder nicht? Ja, komm. Ja, jetzt gehst du... Ja, wo? Und da ist noch was, was wir einsammeln müssen, neben den... Ja, aber da kommen wir jetzt auch nicht hin. Ich kann auch nicht springen, ich kann nur wollen. Ja. Nee, warte mal. Ja doch, ist ja beides mit Space. Oh, nein. Oh, ich bin ja an... Alter. Ich bin ja... Unten ist doch was, unten ist doch was. Ich lasse jetzt nichts vorauskommen, bitte. Hast du das? Ja. Hey, du kannst tatsächlich nur... Hey, wie willst du denn da hochkommen? Hier ist noch ein Eingang in so einen Turm. Hier ist noch eine Kapsel. Bei mir. Wo bist denn du? Hier hinten. Ich denke mal, weil wir das aktiviert haben, werden die dann noch aufholen. Oh, flauter! Vielleicht höre ich dich. Hier, da wo Hundi ist. Ja, Hundi sehe ich auch nicht. Aber du bist doch hier in der Mitte rein. Ach da, jetzt sehe ich dich. Da oben ist noch was zum Aktivieren. Aber da kommen wir auch wieder nicht hoch, oder? Ja, mach mal aktivieren. Soll ich es aktivieren? Ich aktiviere es. Tritt einfach gegen. Genau. Soll ich geh lieber... Ich war leider im Abflug. Waren wir hier drin? War das hier der eine? Hier waren wir noch nicht drin. Ne, da waren wir noch nicht drin. Das ist der, der holt das ab. Tschüss. Sollen wir hier mal reingehen? Wieso können wir die jetzt nicht aktivieren, die Dinger? Die Dinger kannst du nicht aktivieren. Guten Tag. Ist jemand zu Hause? Klopf mal dagegen. Hä? Warum machen die das nicht auf? Die haben keine Lust, glaube ich. Man muss wieder alles kaputt und klein schlagen. Ja, probier du mal. Hast du vielleicht irgendwas drin, womit du das öffnen kannst? Nein, er ist genauso hilflos und verzweifelt wie ich auch. Aber ich sehe besser aus. Kannst du auch nicht amüsieren oder so. Also ich denke mal, du musst da wahrscheinlich irgendwas reinlegen. Also ich glaube, wir haben es noch nicht fertig. Wahrscheinlich geht es erst auf, wenn du irgendwie alles erfüllt hast hier. Ja, auf der Karte ist das so ein Kreis. Aber da steht nichts drin. Wahrscheinlich, weil wir halt nicht sehen, was das ist. Hier drüben ist ja auch noch was. Da waren wir noch nicht. War das? Das sieht schon böse aus hier. Komm mal bitte hierhin. Ich dachte, das wäre der eine gewesen. Aber hier ist auch ein Checkpoint. Ich aktiviere den mal lieber. Weil ich glaube, da kommt was da hinten. Hier neben uns. Müssen wir nicht italienieren? Zusammen machen, ja. Ich wollte gerade sagen, ich kann ihn nur nicht benutzen. Halt die Hände einfach dran. Dann wird dir warm. Ach, damit könnte ich auch reisen, theoretisch. Ja, stimmt. Ja. So, aber falls der Epi jetzt recht hat, würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir dann in der nächsten Folge sehen werden, was dahinter ist. Dann werde ich diese einfach kopflos durch die Gegend laufen nennen oder sowas. Und mal sehen, was es in der nächsten Folge wird. Ich weiß nicht. Ich hoffe jetzt nicht, dass wir auf unseren ersten Boss treffen, weil jetzt haben wir nämlich fast gar keine Munition mehr. Das wäre ein bisschen sehr böse. Na gut, wir werden es erleben in der nächsten Folge. Da hinten kommt schon wieder einer, deswegen muss ich jetzt mal lieber ein bisschen zurückgehen. Nee, er dreht ab. Okay. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.